Boah, jetzt ist ja nicht so toll. Ist gekauft, wenn wir alles kaufen. 16, dann krieg ich bei jedem Zug jetzt 3200 dazu. Du gibst die Mission auf und ziehst dich bedauernd zurück? Niemals. Boah, viel besser war das nicht mehr. Alles aufgebraucht. Ich will doch nicht zum, ich will doch meine Gewinn abholen. Ingame-Zeug. Bum! 3 Bläser ist müde, 3 Bläser muss schlafen. Bum! Jawoll. Die ist ziemlich repetitiv. Die Musik. Nicht schön. Ich hab's einfach so viel Mühe in die Musik gelegt. Aber ist enttäuschend hier in dem Spiel. Aber das Spiel ist gut. So, Freunde. Ihr kriegt natürlich alle ein Like. Da könnte ich eigentlich mal meine programmierbare Taste... Und da muss ich... A und runter. A und runter. A und runter. Gucken? Wollen wir das runter vergessen? Hm, nochmal. Was? A runter. Ja, eigentlich kann ich ja so machen. Dafür Arbeit ist das nicht. Du kriegst einen Like von mir. Bin dann nur auf Platz 7. Und... Und... Gesamt. Immer noch auf 3. Aber... Knapp. Vielleicht gibt's die Herzlinie auch noch was. Keine Ahnung. Äh... Ja, mehr gibt es nicht. Anzahl der Grundstücke. Jeder Würfelwurf bringt dir 32.000. Ja. Da ist das Grundstück ja jedes nach 3 Würfen wieder drin. Also... Machen wir auf jeden Fall. Aktueller Gewinn 160%. Und was ist das hier? Ein besonderer Gegenstand mit dem man bei Brettbegegnungen zurückziehen kann. Achso, das ist nochmal werfen. Mhm. Okay. Ja, dann geh ich mal hier raus. Da geht's morgen weiter. Ja. Aber ich kann mich hier unten bedienen. Da. Da krieg ich auch nochmal ein bisschen. Und... Dann bin ich damit durch. Geschichten aus dem Glas. Schließe die vorangehenden Missionen ab. Wahrscheinlich hier zurück zu den... Ne, hier. diese... Treble-Emissionen. Da bin ich noch nicht fertig mit. Nach mal namenlose Ehre. Ne. Zitralf. Ne. Hmm. Ha았습니다. die Universum, die Simulation mal. Ich würde mal sagen, da spielen wir auch noch einen von. Und zwar die Welt Nummer 9. Und so. Ja, machen wir es mal so. Und nach dem ersten oder ersten machen wir die Jagd wieder. Haben wir uns die Links dazu und bestätigen. Das ist die Hälfte. Das ist die Hälfte. Das ist die Hälfte. Und du findest. Das ist die Hälfte. Untertitelung des ZDF, 2020 No, no, no No, no 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 Hm. Caution does not mean cowardice. I'm with you. Water keeps the clouds on. A real force to the ice. Never falter! Why do you find me answer? . 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wo hast du dich denn verwandelt? Wo hast du dich denn verwandelt? Was ist das? Kannst du die Antwort finden? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tod ist keiner, das ist gut. Nehmen wir noch sie dazu. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Ne Kuriosität, naja mit dem Gewand, 16% pro 100 ne, das sind 32% mehr Schaden, behalten wir es doch dabei, kaufen wir nichts mehr, wieso jetzt Ereignis, muss ich wohl. Bei der nächsten Begegnung, wann wird die sein? Ja. 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 Ja.